. Das 0C2 für unsere Gäste. Aus Kuppelstadt schaust der Spieler mit der Nummer 8, Robert Kempf. Aus Kuppelstadt schaust der Spieler mit der Nummer 8, Robert Kempf. Aus Kuppelstadt schaust der Spieler mit der Nummer 8, Robert Kempf. Aus Kuppelstadt schaust der Spieler mit der Nummer 8, Robert Kempf. Aus Kuppelstadt schaust der Spieler mit der Nummer 9, Robert Kempf. Da wird neu im Spiel der Spieler mit Nummer 21, Benjamin Ochler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017